Jo was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Pack Opening und ich werde jetzt wahrscheinlich Packs ziehen bis 500.000 Münzen, denn danach kommt auch gleich schon der Nähe von viel FIFA zu mir nach Hause. Wir gehen ein bisschen Shisha bauen und so weiter, so Pizza hat. Der Junge, der ist so gierig gerade auf eine Pizza, Alter. Ist nicht mehr normal, was für Sprachnachrichten der mir geschickt hat, weil er so Hunger hat. Auf jeden Fall Leute, werden wir auch ein paar Videos zusammen machen und ich dachte mir, komm, mache ich jetzt noch schnell davor ein kleines Pack Opening und ich würde mal sagen, los geht's, erstes Pack. Und alle mal vorne drauf, komm schon. Neymar ist Team of the Week draußen, 88er Rating, der sieht so fresh aus, Alter. Es wäre richtig krass, den zu ziehen. David Luis, okay, alles klar. Come on, come on, come on, come on. Und Higuain, let's go. Oh, Felipe Luis, okay, nicht schlecht. Por favor, yo quiero algo muy bueno. Sterling, okay, alles klar, den können wir auch hinzufügen. Und, oh, Juan Mata. Haza, haza, haza. Alter, ich habe das Barcelona Emblem nur gesehen und dann ist es nur Busquets. Super Rich. Neymar, Team of the Week. Drogba. Das ist ein cooler Spieler, aber leider nicht viel wert. Okay, komm, wegdrehen, wegdrehen, wegdrehen. Eins, zwei, drei, und... Nichts. Second try. Eins, zwei, und... Fellaini, okay, ja. Komm, komm, hau jetzt vorne drauf. Gib mir den Neymar, Team of the Week. Eins, zwei, und... Carol. I just want to get Neymar in a fucking pack. Oh, zwei Atlético-Spieler. Koke und Torres. Okay, ja, nicht schlecht. Gestern hat der Barse gegen Atlético gewonnen. Richtig cooles Spiel. Konnte man sich auf jeden Fall gut anschauen. Und noch 500 Münzen. Ja, das packt nehme ich mit. Oh, okay, alles klar, der Fumuso. Könnte der was wert sein mit 90 Pace? Ein Engländer. Vielleicht ein bisschen was. Ja, der ist 5.000 Münzen wert. Gut, dass ich geguckt habe. Okay, Leute, allerletztes Pack. Allerbar vorne drauf. Und Casano. Die Pace-Fur, Alter. Nicht. Okay, das war's dann auch schon. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Pack-Hopening gefallen. Diesmal hatte ich nicht so viel Glück wie beim letzten Mal. Und ich wollte mich noch ganz kurz bei euch bedanken, dass ich jetzt gerade eben auf meinem Hauptkanal, ich glaube vor 10 Minuten oder so, die 300.000 Abonnenten geknackt habe. Auf jeden Fall richtig nice, Leute. Danke dafür. Und ja, ich würde mal sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und, ach komm, zieh mir noch ein Pack. Komm, haut vorne drauf. Komm, eins noch, eins noch, eins noch. Und Pity. Okay, das war's. Also, tschüssi. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Foul. Nein. Ja, das war ein klarer Elfmeter. Oh mein Gott. Leute. Shit, man.